Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Meine Eltern haben wieder mal irgendwas bei Amazon bestellt. Heute packen wir dies aus. Ich selbst weiß nicht, was sich darin bewirkt. Und wir packen es einfach mal aus und dann sehen wir, was drin ist. Juck. Wenn es aufgeht. Jetzt kommt das Füllmaterial raus und es passt perfekt in den Karton rein. Kurz raus. Schaut by the way leichter aus, als es eigentlich ist. Wiegt ein Haufen, das Ding. Und zwar ist es die größere Taschenlampe von der, die wir schon haben, und zwar die Marauder 2. Wir besitzen ja schon die Marauder Mini. Jetzt halt die Marauder 2 in schwarz. Mal reichen mal kurz auf. Schön, dass der Karton nicht kaputt geht. Juck. So, haben wir hier einen schönen Griff. Ich hoffe, darin kriege ich es raus. Nein, kriege ich nicht. Wie macht es? Ah, okay. Ich will hier aufklappen. Das ist komisch eingepackt. Habe ich hier so ein Zubehör Tischchen. Juck. Das Ding sitzt fest. Hä? Achso, okay, jetzt. So, das kann man wieder zumachen. So. Schauen wir erstmal, was hier drin ist. Haben wir zuerst mal eine Gebrauchsanweisung. Ein Band, damit man das ans Handgelenk anbinden kann. Kabel. Noch nie gesehen, so ein Adapter. Hier ist wahrscheinlich das andere Stück davon. Ein Adapter, den man selbst zusammenbauen muss. So, jetzt haben wir den Adapter. Sonst noch was drin? Ich glaube nicht. Und die Taschenlampe hat 14.000 Lumen, also das Doppelte von der anderen, von der Marauder Mini, von der hier. Sieht man schon, die hat mehr LEDs, sag ich jetzt mal. Pui. So, kann ich hier nochmal einen Lichtvergleich sehen. Das ist jetzt die Helligkeit. Ach, die macht so ein Viereck. Kann ich glaube ich auch noch nicht. Ja, das war es soweit auch. Das ist jetzt die Helligkeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, ein Kommentar, wenn ihr irgendwas noch an Fragen oder so habt und abonniert auch gerne, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, ja, das war's, bis zum nächsten Mal.